In diesem Video geht es darum, wie man kleine Konten mit echtem Geld traden kann, ohne ausgestoppt zu werden. In der Regel startet man zunächst mit einem Demo-Account. Sie können sehen, dass Demo-Konten eine andere Farbe haben. Dieses gelb markierte Konto hier ist ein Echtgeld-Account. Hier unten sehen wir eine ausgewiesene Brutto-Balance von 30.629,23 US-Dollar. Tatsächlich handelt es sich hier aber um ein sogenanntes Cent-Konto. Das hier ist die Webseite von Roboforex, einem meiner benutzten Broker. Ich kann hier ein neues Trading-Konto eröffnen. Und wenn ich unter Echtgeld-Konten eine Trading-Plattform auswähle, übrigens bietet dieser Broker MetaTrader 4 und MetaTrader 5 an, dann kann ich hier beim Kontentyp eine Auswahl treffen. Und hier finden wir das MT5-Pro-Cent-Konto. Hier kann ich auch wählen, ob ich in US-Dollar oder Euro traden möchte. Es gibt noch große Hebel bis zu 1 zu 2000. Ich handle seit Jahren eigentlich schon 1 zu 500 mit diesem Broker. Ich kann hier noch zwei Passworte vergeben. Und ein Investoren-Passwort eintragen. Das benötigen wir dann übrigens später, um die Statistiken einzurichten. Und dabei kam dann ein solches MT5-Pro-Cent-Konto raus. 528-9348. Das entspricht auch der Kontonummer hier. 528-9348. Und wenn man sich dieses Konto hier einmal aufruft, dann sieht man hier unten, dass die Account Balance mit 30.629,23 US-Cents ausgewiesen wird. Das bedeutet, der eingezahlte Betrag wird vom Broker in Cents umgerechnet. Im MetaTrader selbst kann man dann diesen Cent-Betrag wie US-Dollar handeln. Wenn man sich hier mal die Kapitalisierungsmöglichkeiten des Brokers anguckt, dann sieht man, dass man hier diverse Zahlungsdienstleister nutzen kann. Es gibt auch Bonus-Angebote. Ich rate immer stark davon ab, solche Bonus-Angebote wahrzunehmen. Denn bei der Auszahlung stellt man hinterher fest, dass man aufgrund der Terms and Conditions hier zwar am Anfang bis zu 115% Bonus bekommt. Allerdings unterliegen die Möglichkeiten, Geld abzuheben, dann speziellen Bedingungen. So wird in diesem Beispiel darauf hingewiesen, dass man dann nicht mehr als 250 US-Dollar abheben kann. Darum würde ich hier den Bonus immer ausschalten. Wenn man hier mal nach unten scrollt, dann sieht man, dass ich beispielsweise hier 300 Euro eingezahlt habe. Das entspricht einer Summe von 30.000 Euro Cents. Damit kann man so ein Cent-Konto hier betanken. Und es ermöglicht mir, jede Menge Positionen unter echten Bedingungen zu handeln, ohne dass ich ausgestoppt werde. Aktuell beträgt meine freie Margin hier 29.689 Cents. Und ich habe hier ein Dutzend reelle Positionen. Der bisherige Profit wird mit 629 Dollar ausgewiesen. Hier sieht man die 30.000, die ich eingezahlt habe. Das hier ist die Statistik zu dem System. Ich kann jedem nur raten, möglichst schnell mit einer erweiterten Statistiklösung zu starten. Denn das gibt einem später wertvolle Einsichten. Und wenn man erst einmal einige Monate an Daten zusammen hat, dann lassen sich daraus wertvolle Rückschlüsse ziehen. Heute ist der 23.04.2019. Das System läuft seit dem 10.04. Und zwar auf all diesen Währungspaaren hier. Es ist kein Problem, ein solches Konto später nach oben zu skalieren, wenn es erst einmal so läuft, wie es soll. Im Netz gibt es einige Listen, wie diese hier, die diverse Broker mit Cent-Konten auflistet. Das hier ist einer der Broker, die ich nutze. Da sollte sich auch etwas für ihre Zwecke finden lassen. Denn in diesem Video haben Sie gelernt, wie Sie auch mit wenig Kapital vernünftig skalieren und traden können, ohne ausgestoppt zu werden. Und Sie wissen jetzt, was ein Cent-Konto ist und wie Sie es in wenigen Minuten einrichten können. Was? Untertitelung des ZDF, 2020